Herkunft, das neue, schmale Buch von Boto Strauss, einer der bedeutendsten deutschen Gegenwartsautoren. Ein wunderbarer Text, den er seine Kindheit und Jugend in einer deutschen Stadt beschreibt, also in den 50er, 60er Jahren. Für alle, die auch dann gross geworden sind, ein Buch, der ihm automatisch zurückgewirft in die eigene Kindheit und Jugend. Ein zarter, ganz klarer Text. Mir ist es so gegangen, ich habe auch schon ein ganz dünnes Buch an die Flange gehabt, weil ich einfach immer wieder meinen eigenen Gedanken gekommen bin. Aber es ist ein Buch, das eigentlich den Schatz der eigenen Vergangenheit auftut.